Ja, hallo liebe Freunde des guten Geschmacks und willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir einen Special Gast, und zwar den Odin. Und wir werden heute Spaghetti mit Tomatensauce zubereiten. Dann wollen wir mal loslegen. Wir beginnen mit der Mehlschwitze. Dafür erhitzen wir etwas Butter in einem Toppen. Und jetzt ein Dörfchen Mehl. Reis. Machen wir. Okay, jetzt nochmal. Das ist jetzt noch ein Pampere. Dann haben wir Gemüsehöhle rein, einen Schluck. Das ist ein Schluck. So. Jetzt machen wir Tomatenlack rein. Wir geben noch Ketchup hinzu und die restliche Gemüsebrühe. Wir verfeinern die Soße noch mit einem Schluck Sahne. So, holen wir mal um. Die ist jetzt soweit fertig. Für die Spaghettis erhitzen wir Wasser in einen Topf und geben etwas Salz hinzu. Ja, und drei. Nicht so einfach. Wir geben die Spaghettis. Wir müssen raus in den Dörfchen. In den Topf. Ja, oder so. So, der ist jetzt fertig. Jetzt gießen wir das Wasser ab. Ja. Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß. Beim Nachmachen. Nachkochen. Dann musst du probieren, ob es schmeckt. Ich sag's in der Falle. Wollen wir gut? Du musst jetzt auch drauf essen. Okay. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in den Kommentaren. Gebt einen Daumen und das Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.